festzumachen irgendwie ich hätte doch ich habe mehr spielraum mit diesen langen arm ist er dann mache ich erst mal hier dran kann ich euch leider im moment nicht an einstecker machen weil ich hier keinen steckt oder sonst ist echt immer blöd ne naja ich lasse es erst mal so und würde dann einmal anfangen zu kochen und zwar hole ich die ganzen sachen dann mal raus noch die lampe ausprobieren und so funktioniert das weiß ich dann auch nicht anwaschen Ich mache erstmal die Käsesoße, würde ich einmal sagen Dann machen wir mal den Käse einmal mit Zwiebeln Lauch kann ich auch rein machen, ich habe ja Lauch, Käse Und ich mache nicht viel Lauch, bis der mal wegkommt So mache ich das, schneiden wir einmal den Lauch Und dann müssen wir mal gucken, dass ihr auch was seht Oder alle vier machen einfach Vor allem kann ich auch schon mal raus holen So Und den Lauch muss ich waschen, kann ich auch da drauf machen Okay Wasche ich den Lauch, das ist egal So Vielen Dank. 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 Und... ... 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